Mein Name ist Kananis Krenner, ich studiere den Master Medienkommunikation und Kultur in der Universität Schlagerfurt und ich komme aus Villa. Besonders gut gefällt mir das Studium Medienkommunikation und Kultur, weil ich kulturwissenschaftliche und wirtschaftswissenschaftliche Aspekte kombinieren kann. Neben dem Studium arbeite ich beim Magistrat Villa in der Abteilung Personalmanagement und bin zuständig für Employer Branding. Das Campusleben an der Universität Schlagerfurt ist sehr spannend und vielfältig und macht immer sehr viel Spaß.